so also nach diversen empfehlungen aus der community sind wir da wieder aber was ganz andere was neuem wir spielen jetzt hier rocket ball ich habe tatsache noch nie ein spiel verlassen eigentlich mal gucken und wir wollen mal gemeinsam spielen das heißt ich werde mal versuchen ein spiel zu kosten maximal zwei spieler aha genau es gibt also man kann also eine ruben namen machen aber was anders dann machen wir den ruben namen mit unity dann machen das noch einfach so wie immer und wir machen hier passwort rein wir machen mit bis zu sechs ist das maximum passwort 1234 ich bin gespannt ich erst einmal bei twitter teilen mal gucken ob der tatsache live jemand bock hat mitzumachen ach guck mal hier unten gibt es auch die verschiedenen karten wie möchtest du denn wie soll die karte ausdehnen so so oder so so rund vielleicht oder den fußballplatz keine ahnung was das ist ach so phantom vier bis sechs nur für sechs acht die mit sie kommt zwei bis vier dann immer das hier na komm her mit sie jetzt muss ich mich auch nur um die mit sie kümmern hast so jetzt pass auf ist immer da drin ich immer kurz her ich mache dir folgendes du musst jetzt mal pause machen und quitt jetzt erst passt auf und jetzt gehen wir hier rein man müsste sich anfreunden das wäre natürlich noch ein bisschen besser join und wir machen search room und da machen wir jetzt mal rein und genau passwort muss jetzt hier sein habe ich ja gerade eben was vergeben 1 2 3 4 ich hoffe dass das passt gucke mal jetzt bin ich dein gegner du und ich ne so ich mache jetzt hier ich schreibe hier erst mal hin wo sie sich habe gesehen ich habe geschrieben ich mache jetzt ich change das team ich bin orange jetzt habe ich ein oranges auto ach so du hast ja noch nobi das müssen wir auch gleich noch ändern dass du einen anderen namen kriegst und das ist mein auto lila hast du jetzt gemacht du bist bist du rausgegangen den falschen knopf gedrückt dann schreiben wir jetzt bei dir erst mal einen namen rein du hast auf übung damit sie was machst du denn jetzt auch reden oder was ja nicht ins mikrofon beißen guck mal dann kriegst du auch bei anderen namen dann gehen wir erst mal den namen wie immer du musst dann da unten warte 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 ui genau quitschi junio jetzt liegst du auf dem es liegt auf dem mikrofon quitschi junio so heißt das also jetzt abstürzen jetzt hört man mich nicht mehr quitschi junio fertig da rein noch mal passwort 1 2 3 4 jetzt haben wir erhöhte schwierigkeit ja das kann ja noch gar nicht so du bleibst es mal so wie du da bist ja du musst unten rechts auf den grünen knopf drücken du kartuschen und immer ich mach das mikrofon woanders hin ich mach das mikro oder war halt stopp ich mach das mikrofon hier hin dann kannst du ja liegen bleiben wie sie so legt dich hin ja so richtig brav hin so dass ich wieder aufs mikrofon geht doch mal so gut wenn ich das mikrofon wieder zurück hier dass man hier besser hört meine güte das sind ja erhöhter schwierigkeitsgrad ist das ja jetzt mal auf du hast schon auf ready gedrückt ich muss jetzt ist das ein bisschen problematisch hier wenn wir heute abend wieder kolle und so weiter lesen wollen dann möchte ich natürlich ein bisschen vorbereitet sein ich muss mal gucken das mikrofon natürlich jetzt haben wir das mikrofon wieder am platz so jetzt du jetzt mache ich auch ready jetzt geht's los in 5 4 3 jetzt fahr ich gegen dich ja dann gucken wie gut du schon bist aber mal schauen wie gut du schon bist also aha bei dir geht's schwerer als bei mir haben wir schon ein bug drin aha warum kann ich ihn na siehst du den ball aha den ball hast schon mal getroffen so dann wollen wir mal gucken so ich komme jetzt und du sollst nicht gegen mich fahren du sollst gegen den ball warte 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 die lenkung ist ja ein bisschen verkehrt habe ich das gefühl guck mal hast du gesehen ach toll bin ich gegen den ball gesprungen jetzt habe ich ein problem kannst du mich mal kannst du gut wo bist du denn guck mal jetzt guck mal ob du das hinkriegst hier vernünftig zu lenken oh guter schuss wie hast du denn das gemacht halt 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 jetzt habe ich bin ich nicht gesprungen ich werde natürlich irgendwann auf kontrolle umsteigen noch ich habe 4 minuten und zwei noch das war ja nichts jetzt hier toll super angriff ball kommt ball kommt ha bei rollert jetzt in dein tor doch ich bin orange also warte achtung und ich schreibe mal ich poste mal eben schnell bei twitter also ich poste mal eben schnell bei twitter mal gucken ob da jemand dazukommen kann man als zusammen spielen also ich schreibe mal eben schnell raum wir zocken hast du bist raus gegangen schon wieder du bist rausgeflogen was machst du denn wieso denn das schon wieder geht damit schon wieder von vorne los hier immer streitet das hier rum mit mir also ich habe jetzt mal unser wlan also ich habe jetzt mal unsere wlan umgestellt auf 5 gigahertz so dadurch haben wir jetzt ein bisschen mehr geschwindigkeit und auch du was ist ein bisschen besser angezeigt ja von der geschwindigkeit her jetzt gucken doch mal ob wir damit was tun können zwei bis millennium das ist nur sechs aber sowas von zwei bis sechs gibt es nicht dann bleiben wir bei zwei bis vier so jetzt guck mal ob du den traum hier findest warte gehst du hier auf join und da ist er hier oben schon passwort ist wieder 1234 1234 und wir hoffen mal dass die verbindung jetzt stabiler ist weil du jetzt bessere verbindung hast also auf grün geschaltet okay ich mache auch auf grün im moment guck mal es ist noch keiner dazu gekommen wir gucken wir testen mal so ping 63 und 61 so du fängst erst etwas später an das heißt du hast du hast aufs richtige geschossen ja genau so jetzt pass auf jetzt geht es los jetzt komme ich wo bist du du musst in das tor schießen aber ich muss in das lila ein tor schießen du musst in das orange tor schießen okay so jetzt wollte erst mal auf dein tor zu oder ball und jetzt schieße ich ihn rein da fliegt denn hier so rum ach das war ein reingerollt da fliegt man ganz schön weg jetzt pass auf so weißt musst du da hinfahren zum ball dann schieß mal versuch es doch mal so so schon mal nicht ich bin einfach unten drunter durchgefahren jetzt muss ich umdrehen nach drei minuten das wird was falsch ne 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 wolltest du gerade ein tor gegen mich schießen zu einfach geht es aber nicht jetzt bin ich im tor gefangen da ist der ball da ist der ball halt mit anlauf so ich muss das noch umstellen auf controller ich werde das auch auf dem controller umstellen weil ich mir die touch knöpfe nicht treffe und was ist es hier los ich treffe ich nicht so jetzt schließe jetzt habe ich ihn rein pass auf mit nos jetzt und abgerutscht vom ball wo bist du denn wo fährst du rum aha wie ein geölder blitz jetzt wieder nicht getroffen warum treffe ich denn den ball nicht was ist da los du musst ins orange halten aber ich habe ihn gefangen ich habe ihn gefangen noch mal und jetzt und noch mal also du kriegst topo wenn du diese leuchtenden dinge einsammel ist da jetzt komme ich und jetzt und daneben gefahren warte mal bleib mal stehen ich möchte ich umfahren du sollst den ball nicht mich achtung und was ist jetzt passiert nicht getroffen na na musst du aber noch üben den ball zu treffen ich aber auch ein bisschen und jetzt habe ich mal drauf was wir sehen und jetzt wird jetzt mit tempo rennenstor und das war nicht rückwärts drehen ich gebe den ball noch eine chance und dann versuchen wir es noch mal eins so und das war neben gefahren so also ich hoffe dass es klappt wir gehen jetzt mal gemeinsam in einen rein wo wir zu zweit spielen können das heißt wir gucken mal ob sie irgendwo in den raum gibt der offen ist für alle wir erstellen einfach ein erstellen einfach mal einen für sechs leute passwort für sechs spieler da gehst du jetzt rein und da siehst du schon genau wir beide spielen zum orangen team ja so zweimal lila zweimal orange du auch orange es müsste nur noch der marvel pro jetzt guck mal wir sind zwei orangen jetzt brauchen nur noch zwei sind wir schon das gibt es schon drei orangen jetzt geht es los 33 orange drei jülle wir sind jetzt die orangen wir müssen das lila tor schießen ja jetzt gemeinsam du und ich gemeinsam der ball muss ins lila tor jetzt bin ich aber gespannt ach so ich habe natürlich noch kein loss ich fahr mal hin und so mal und miss das war nicht da habe ich noch hoch geschossen da gibt es einen der kämpft gegen die anderen autos so jetzt pass auf der muss jetzt ins lila tor weil wir sind orange ne das ist eigentlich das lila tor ich sehe es gar nicht ich sehe es tor da ist es tor oder doch hier ist es tor wo bist du bist du im tor im orangenen da nicht hast du nicht dass du den ball hältst da wenn ich drauf schieße so und ist es kurz druckler gehabt ging es nicht das fällt ist riesig die kommen zu dem ball ganz schön nah hierhin ach guck mal das ist alles klar das sind das sind verschiedene tore und jetzt habe ich wieder den ball nicht getroffen das gibt es doch gar nicht jetzt aber und da habe ich abgehoben ich gehe in die tor geschossen wurde ich habe gerade gehalten glaube ich ja toll ich habe ich habe ich habe nicht gehalten ich habe mir eingelenkt so ärgerlich so jetzt geht es aber los pass auf jetzt voll drauf los und ich springe erst mal ran aber noch schneller da hatte noch genau wir müssen die lila in den tor schießen und das war nicht ich halte jetzt gerade den orangen spieler immer hier dass er für ein auto schon fährt so ich habe erst mal den ball erst mal richtig abgelenkt jetzt halte ich den natürlich hier auch so nein ich habe nicht ein hast du was hast du gut gemacht hervorragter der typ ist auch schnell mit dem auto da der lässt mich auch nicht und falls man durchs tor durch was machte denn jetzt so jetzt und hopp ich bringe erst mal überhaupt nicht dahin wohin soll jetzt rollt er auf das hängt denn hier so den nehmen wir erst mal mit in die richtung mal was machst du denn da oben wo fliegst du rum so jetzt was auch jetzt schieße ich ihn rein ich fahre hin und drunter durch geflogen das gibt es doch gar nicht ja das ist unfassbar ich hole mal mit dem ball nein ok ich bin noch im drin im tor warte 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 die lila an und da vorbeigefahren da ist es ich füge mal den knopf nicht ärgerlich Aua, wir müssen jetzt wieder das Tor schießen, da kann ich nicht nur. So, jetzt, Achtung, jetzt, Achtung, und. Ich mache, oh, ich dachte, wenn ich einen Außenriss kriege ich einen rein. Oh, nicht. Komm, komm. Pass auf, die schießen zu uns in die Richtung. Ich muss am Tor schnell vorbeischießen, den Ball. Nein, au. So, ihr habt einen Ballerspaar. Hey, Papa. Ich brauche es nicht. Was ist los? Jemand hat sich einmal in den Reinen gerettet. Ich bin nicht mehr gesprungen. Nein, die haben nochmal reingeschossen. Mist. Ich habe ein eigenes Tor, jetzt haben sie jetzt 2 zu 0 geschossen. Okay, ärgerlich. Aber wir haben noch eine Minute Zeit, um noch einen Anschlusstreffer zu machen. Und, hopp. Ärgerlich. Joe Pite, der ist so schnell. Da bist du, ich sehe dich, ich sehe dich. Und, habe ich jetzt erstmal hochgeschossen, was ist jetzt passiert? Ich habe den Ball, aber das stimmt hier auch nicht nach Steuerung. So, jetzt, das habe ich nicht. Okay, jetzt versuchen wir nochmal. Du bist schon am Ball. Oh, was hast du gemacht? Ja, warte, 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 genau. Oh nein. Der Joe Pite hat den gehalten. Ich bin am Ball. Du bist hier zu langsam, ey. Ich treffe... Lieber deinen Turbo ein, da bist du schneller. Ja, was stimmt mit der Steuerung bei mir immer nicht hier? Jetzt liege ich an der Decke. Jetzt liege ich an der Decke. Was will ich denn da oben? Also, fahr runter. Oh, ich habe keinen Turbo. Mist, noch 10 Sekunden. Aber den halte ich noch. Hm? Den habe ich noch vom Tor weggehalten. 2, 1 verloren. Schade. Mist. Aber 12.100 Tate haben wir schon gesamt. Oh, und gucke mal. Der Joe Pite hat alleine gegen uns gespielt. Und wir waren zu zweit. Ich habe es mal mitgekriegt. Wir waren zu zweit und die haben gegen Joe Pite verloren. Okay. So, mal gucken, ob noch jemand reinkommt. Ja, toll. Jetzt bin ich rausgeblieben. Ja, siehst du es. Nee, warte, warte, warte. Hier steht nur, dass du das Spiel bewerten sollst. Jetzt ausmachst du später. Ich habe das schon bewertet. So, jetzt grün. Mach grün. Jawohl. 2 gegen 2. Sabine und Nobby spielen jetzt gegen uns. Sabine und Nobby. Wir müssen ins lilai Tor schießen. Ich fahre hin und ich habe erst mal direkt das erste Tor, oder? Ach, ich sehe gerade, das geht so gar nicht. Wir müssen von der Seite reinfeuern, hier immer den Ball. Aha. Sabine und Nobby fahren hier noch rum, gegen dich und mich. Was melde ich jetzt hier oben bitte? Was machst du da an der Decke? Was machst du da an der Decke? Ich weiß auch nicht. Ich habe den Ball erst mal abgefälscht. Hey, guck mal, was er gemacht hat. Der hat, oh, der hat geschossen. Pass auf, da war alles bei dir, bei alles bei dir. Was will ich jetzt hier oben? Ärgerlich, jetzt habe ich ihn nicht richtig getroffen, den Ball. Na, ich lenke ihn natürlich nicht in die richtige Richtung. Jetzt fliege ich hier rum. Was ist denn das für eine Arena hier? Was geht denn da ab? Okay. Bist du am Ball? Bist du am Ball? Und ich habe wieder, wieso treffe ich denn diesen blöden Doppelfallknopf immer nicht? Ich wollte springen und habe nicht gesprungen. Okay, Nobby und Saber kommen und ich bin wieder vorbeigefahren. Ich wollte springen, der springt nicht, der hüpft nicht hier. Und was möchte ich jetzt hier oben? Na, okay, jetzt sind wir wieder runter. Ich habe das Tor geschossen, wieder mal habe ich in ein Tor geschossen, weil ich zuletzt am Ball war und es hat nicht funktioniert. Ärgerlich, pass auf, du fährst zum Ball, wo bist du? Ich habe so einen Ball und es ruckelt hier rum, irgendwas ruckelt hier rum. Okay, weg von unserem Tor hier, den Ball. Ach, so natürlich nicht. Ja, du machst das gut. Ich habe mal getroffen. Die zwei haben wir hier gar keine Chance. Klar, mal eine Chance, pass auf. Ich muss noch mal hüpfen ein bisschen. Hüpf mal, hüpf doch mal. Ich liege hier auf der Seite. Shit, jetzt. So, wo bist du denn? Hier hin bei dem Tor, bei den Orangenen. Okay, jetzt ist er auf der Ball. Kommt zu dir, weil er ist bei dir. Siehst du den Ball? Ja, der schwebt über mir. Achtung, und ich habe den Ball erst mal. Jetzt ist er da drüben, jetzt hau ihn rein. Komm, fahr nachher an den Ball. Mach ihn rein. Ich bin getroffen. Ey, bei mir hat man solche Steuerungen immer nicht hier. Ah. Ey, das hängt hier was rum. Oh nein, da erkenne ich erst mal. Schön, tipptopp, haben sie ein Tor geschossen. Nobby. 1-0. Ah, 2-0 schon. Das wird schwer. Das wird schwer jetzt hier nochmal. Der merkt sich bei mir manchmal irgendwas nicht. Ich weiß nicht, wo er das liegt. Ah, ja klar. Super. Jetzt springt er natürlich, wo er nicht springen soll. Vielleicht muss ich mal die Grafik ein bisschen runternehmen hier. Und den habe ich natürlich auch nicht getroffen. Hat der sich wieder nicht gedreht? Er hat sich gesprungen. Der hängt hier fest. 3-0. Ja, ärgerlich, ne? Ärgerlich. Naja, das ist ein Übungsspiel. Sind die doof geworden? Naja, die machen, die wissen, was sie machen. Die sind gut. Und da hängt offensichtlich nicht rum bei denen. 2 Minuten noch laufend. Schaffen wir es auch mal ein Tor zu schießen? Ich habe das gerade liegen sehen. Auf dem Feld. Ich weiß nicht, manchmal... Na gut, die Steuerung müssen wir noch ein bisschen verbessern hier. Da muss er auch noch... Ich habe ihn nicht gehalten. Ich bin gegen deinen Reifen gefahren. Ich wollte ihn halten, habe aber nicht getroffen den Ball. Aber wenigstens ging das jetzt mal ein bisschen. Ein Spiel noch. Ich mache noch. Achtung. Und... Wachen wir... Ey, Papa. Ärgerlich. Na, hallo. Na, hallo. Hier hin bin ich rum. Komm, schieß mal, schieß mal, ist noch ein Tor? Ach, Mann. Dreh dich rückwärts. So. Halt. Sollst du jetzt nicht springen? Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich fange ihn ab. Ich fange ihn nicht ab. Und er geht natürlich ins Tor. Sabine schießt ihn rein, oder? Natürlich schießt Sabine ihn rein. 5-0, Mann. Das gibt es doch nicht. Mist. Das ist doch nicht wahr. Komm, jetzt. Jetzt aber noch. Und jetzt... Und den... Jetzt habe ich ihn mal getroffen, den Ball. Ah, der kam... Ah, der hat ihn gehalten. Er kam zurück. Ich dachte, er ist in die Wand geflogen. Wo ist er dabei? Wo ist er da? Da ist er da. Ich komme und natürlich daneben gesprungen wieder mal. Ich komme von hinten. Aua. Aber keine Angst. Ich halte ihn. Genau. Pass auf, jetzt liegt er da hinten. Holst du den? Kriegst du den? Nee, kann ich nicht. Ich komme, ich komme und ich bin nur gegen ein anderes Auto. Vielleicht ist es wirklich eine schlechte Idee, die anderen Autos erst mal anzugreifen. Immer so. Aua. Aber die rempeln mich. Ja, die rempeln. Die rempeln die Böcke. Das gibt es doch nicht. Aua. Ach, 6 zu 0. Da schießen die richtig Tore, ja. Na komm, schaffen wir noch eins. Noss habe ich nicht mehr. Ich habe keinen Noss. Ich warte hier. Ja, genau. Habe ich gewusst? Du bist in die andere Richtung gefahren. Ich wollte es nicht. Drei und zwei Tore haben sie geschossen. Bester Spieler ist Sabine gewesen. So kriegt man natürlich kein Geld. Wir verdienen ja Geld damit. Ja, das ist ja... Die haben nicht eine dumme Nummer hier. Ja, das ist ja... Ja, das ist ja... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020